Ja, die schießen doch. Oh, ich dachte, die hat bloß aus Spaß drüber geschossen. Nee, da kam auch ein Schuss zurück. Oder nicht? Stimmt. Doch. Lass mal sehen, letzte Mission. Sieben Stück habe ich getötet. Ah, ich habe drei unterstützt. Ich höre sie schon kluckern. Ich breche einfach durch. Durch ihre Linien. Da vorne sprudelt schon einer voller Inbrunst. Ach, der ist weg. Ey, geh die Leiter hoch, du Idiot. Äh, geh mal vor, Tweaker. Mhm. Du bist der Redelsführer. Du bist der erfahrenste und weißeste Krieger, den ich auftreiben konnte. Was hast du für einen Bienenkorb auf dem Buckel? Da stopfe ich die ganzen Schlangen da rein. Ah. Mein Schlangenköcher. Du bist so ein Schlangenbeschwörer. Nein. Und noch Pfeifer. Dann sitzt du da. Ich sitze. Ach nee, eine Flöte. Pfeifer. Genau, ja. Und flötest deiner Schlange einen. Ich spüle ja ein Ständchen. Oh, hier unten sind noch Schlangen. Was stapft denn da oben rum? Half. Wie half? Ich stapfe jetzt die Treppe runter. Ach, hier kann man hochgehen. Hat das schon immer? Nee, das ist auch immer. Hier kannst du deine Waffen sauber machen. Habe ich eine dreckige? Nö. Glänzt alles. Hier ist eine Kasse. Oh, sehr schön. Danke. Ach, das ist wieder Schlangenauf. Es hört sich immer an, es wird ein Zündchen. Willst du nicht die Kasse nehmen? Habe ich. Ach so? Also nach dir. Ah. Das ist ein Zündchen. Ja, da. Auf dem Gelände. Hier vorne kommen sie jetzt raus. Ach nee. Der Meathead hat die in die Laune verloren. Schade. Ja, die rennen zum Sägewerk. Einen habe ich. Da ist der andere. Der hat ein Hit. Durchs Holz. Ja. Und ja, mit Doppelpistole. Einen hast du umgelegt, ja? Ja. Der liegt da vor dem Zaun. Vor meinem Aker. Ja, die andere ist links vom Zaun. Ja. Ja. Die andere ist links vom Zaun. Kommt immer näher. Kommt immer näher. Ich glaube, die hört aushebeln. Die kommt zu dir. Ach nee. Nee. Hat nen Hit. Oh nein. Nein. Oh, sie will mich umlegen. Uh. Uh. Leck mich aber. Blöder Drecks in der Leiter, Alter. Du Uhrensohn. Die ist da hinter dem. Oh ja, die hat Levelwink. Glaubst du? Ja, schön. Der eine liegt hier. Ah. Was hat er für ein Gewehr? Der gute Mann. Ähm. Muss ihn unterpacken. Okay. Möchten Sie? Nee. Oh scheiße, da kommen die Nächsten. Scheiße, wo ist die Mosin? Ah, hier. Wo sind die? Von wo? Also ich meine, ich hab Steps da vorne gehört. Ah scheiße, der hockt im Gebüsch und ich hab zu hoch gezielt. Mist. Ich hab keine Heilung mehr. Hilfe, Hilfe. Hat ein Hit. Sehr schön. Oh nein. Von der Viehzucht kommen auch noch welche. Mist. Hier ist Kühelklaut. Hier ist Kühelklaut. Und nur einen hab ich auch geholt. Einen haben sie umgelegt. Den einen hab ich, glaub ich. Ja. Oh. Oh. Okay. Däinen haben sie umgelegt. Und nur einen hab ich gelieft. Okay. Da ist dann halt. Oh. Entschuldigung. Okay. Alright. Mist, wo sind die? Weiter links auf der Seite. Weiter links, da hinten? Ja. Okay. Dann sollten Sie mich ja hier nicht sehen. Ich hoffe, ich bin hier gut versteckt. Ja. Ah, da sind wir jetzt. Oh, was? Ich renne mir über die Brücke. Wenn einer lootet, kriegt er einen Headshot. Ja. Ach, dich sehe ich nicht so gut. Das ist egal, wenn sie die anderen da looten. Mhm. Ah, weiter links. Jetzt würde ich Positionen wechseln. Das ist egal. Ich bin hier. Ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Hast du die Sehmut, die hinten ist? Richtung meine Leiche. Was hänge ich denn hier? Ich will da oben ins Gebüsch. Ein Schuss kam ja oftmal weiter links jetzt. Ich hätte auch gedacht, dass die hinter die Balken gerannt ist hier. Da war doch grad Step. Ja. Das ist die. Ja, das ist die. Ich such dich überall. Ach komm, probier deinen Partner aufzuheben. Ja. Ja. Also ne, vielleicht probier du sie es jetzt. Ach so, die? Ja. Mist. Oh, da ist noch jemand. Meinst du? Ja, die schießen doch zusammen. Oh, ich dachte, die hat bloß aus Spaß drüber geschossen. Nee. Da kam auch ein Schuss zurück. Oder ne? Stimmt. Doch. Seh ich im Maid noch? Sehr schön. Ich gebe die DIN wieder auf. Das ist ja gerade noch so. Was ist mit den anderen? Gute Frage. Also ich meine, da waren noch andere Krallen. Hätte ich auch gedacht dann. Ich dachte erst, die schießt zum Spaß dorthin. Aber dann sind ja auch Raben hochgeflogen und ein Schuss kam zurück. No. Vielen Dank. Soll ich mich mal vorwarten? Ja. Da ist auch ein gutes Gebüsch bei den Baumstämmen. Rechts. Soll ich links vorbei? Ja. Ist die das, die da schießt? Ja. Kann ich dich aufheben, ha? Mal gucken. Vielleicht klappt's. Was siehst du da in dem Hügel einsitzen? Nee. Nee. Oh. Sie hat was geknackt. Hast du das gehört? Ja. Weiter links am Zaun. Sehr schön. Das war jetzt ein anderer Typ. Ja. Das war ja eine Tussi und das war jetzt ja ein Schwarzer. Ja. Hier liegen die Leichen überall rum, Alter. Ja. Da kannst du dir alle zehn Fingern danach lecken. Oh, ich geh mich grad mal da unten mit dem Versorgungswagen heilen. Ich bin ja auch ihren einen Maid, also den Maid schon hier anzünden, den wir gebloodet haben. Welcher war das? Ich glaub... Hä? Da liegt eine Tussi? Ach, das war der da. Der da war das, gell? Mhm. Mhm. Oh. Hallo? Oh, er hat ihn wieder aufgehoben. Ja, jetzt muss aber erst mal die Tussi kommen. Wenn sie ihren Maid retten will. Vielleicht haben die die A chancen. Ah, stimmt. Das könnte aussehen. Der Typ sitzt da, wo du ihn gekillt hast. Da hockt er noch. Einer hat einen Hit. Mann! Ich glaub, ich hab den Gepanzerten erwischt. Einer hat einen Hit. Okay. einer hat einen hit ok ja rennt rüber zu dir auf die seite schießen und beschäftige die brüder mal ein bisschen man gab es ja nicht mal eingang sie habe ich gerade gehört eine ist immer noch da einer ist tot ja da kommt angerannt wo denn hinterm zaun ah bei mir scheiße ich habe in die falsche richtung geguckt alter ich mache ja hier alter ich fasse es doch nicht beste runde meines lebens würde ich sagen ja jetzt sind doch fast alle tot oder theoretisch müssen wir mal durchziehen bis auf eine tussi glaube ich ja die habe ich da hinten irgendwo gehört also Richtung ach hier ist es nochmal ach so als wir gerade mit denen beschäftigt waren also 1 2 den hast du gerade gekillt gehabt ja ok wir können nichts tun gut 1 2 3 4 5 6 und hier lag doch auch noch ein oder nicht ja stimmt 6 7 4 2 sind 9 fehlt noch 3 ja die tussi ist wahrscheinlich weggelaufen ja ich glaube die hat ihren Arsch einfach gerettet können wir mal nachher wir müssen aufpassen der war durch hier und den haben wir durchgebraten ja oder nee wo war denn der wo ist der ach hier hast du ihn schon mitgezählt ja nee der ist bereits geplündert ach so man sieht nicht mehr dass er durchgebraten ist genau wenn wir zum Post gehen ja da müssen wir aufpassen dass es ich habe sogar eine Haftbombe dabei schön nicht dass uns da eine abfängt ja das ist ja sogar hier ja richtig geil wer weiß vielleicht liegen ja auch woanders noch ein paar Tote rum aber die eine tussi ist glaube ich wenn sie die nicht erschossen haben aber es gab ja da hinten noch eine Schießerei die habe ich zuletzt hier irgendwo gehört in der Nähe die habe ich auch nochmal geschossen haftet ich gerade mal meine Schlangen aufwand oh nein aua oh pass auf nicht näher kommen da ist das Öl oh ja hey das war ja Timing vom feinsten mit dem Dynamit banishst du dann ja oh endlich wieder volles Leben ja also eben war es die ganze Zeit noch weiß okay die ist ja echt abgehauen oder sie kommen zurück wenn wir schreiten nach Rache oh geil wir haben 132 Augen ja ja keiner da na dann krass so weit da hinten nein oh Wasser oh Wasser freudiger ist hier Medikit hier bei mir ach ich renne rüber zu Gotthard oder renne ich Gotthard ist dort okay du hast noch ein Versorgungswein ach du zu weit weg wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten oder ja stimmt wir haben nur noch 8 Minuten und die Schlangen musst du ja eigentlich noch abgeben ah stimmt deswegen macht das vielleicht auch keinen Sinn jetzt mal Schlangen zu suchen na lass uns hin bei Blanchard raus ja sie hängt im Rad drinnen ja und wie im Rad der Zeit die ist unter die Räder gekommen ja sieht aber ganz schön geredert aus auch noch schöne Sachen mit rausgenommen oh ja geil wieder letzte Lappen rein und Ast rein wieder raus ja wir haben 8 Tötungen insgesamt wo sie in der Gantt Scharfschütze sehr geil lass mal sehen letzte Mission 7 Stück habe ich getötet ich hab 3 unterstützt Secondly heart auf HANK 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 Untertitelung des ZDF, 2020